Gut, dann lass mal gucken, ob wir Damage haben. Ah fuck, das war wieder der Stein, wo du nicht vorbei konntest. Also das hier, ne? Das lerne ich auch nicht mehr. Schauen wir mal, ob wir Schaden dabei haben. Mal reinrödeln wie so ein Blöder. Oh, der Hunter startet mit 130k. Also E-Schaden haben wir. Na ja, haben wir richtig vermöbelt. Wobei die Kleinen hätte ich jetzt eigentlich noch pullen können. Na gut, egal. Den großen Hinten wollen wir gleich nicht adden. Im Optimalfall. Schauen wir mal meinen CC rein. Ich bin mir nicht sicher, welcher das überhaupt ist, der seinen Scheiß da castet, ne? Mal gucken. Okay, da hätten wir jetzt eh. Komm rein da in die nächsten. Ich glaube, der ist tot, der den Totem castet. Ich habe Inka laufen, ich... Okay, jetzt habe ich die umsonst auseinandergekickt. Ich kann eigentlich die Wirbel auch soaken, ne? Dann haben es die Meleys einfacher. Komm, ich stelle mich jetzt dringend in den Wirbel rein. Seht ihr? Das geht alles auf mein Schild. Okay, das will ich nicht soaken. Ich hole die jetzt gleich schon mal raus. Wieder mal ein bisschen rumzuziehen. Mit dem E-Schaden sind wir ganz gut aufgestellt. Ich bin jetzt halt echt am überlegen, ob wir ein großes Ads spielen oder nicht, ne? Mir wird halt mal gesagt, große Ads in Dingswoche willst du eigentlich nicht spielen, aber... Da hinten ist die ganze Zeit noch so ein Scheiß-Tot, ne? Verschwindet das? Ah ja, okay, das verschwindet. Fuck, haben wir es jetzt noch rechtzeitig geschafft? Ich habe... Fuck, der Große kommt. Wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Ich hoffe, die schaffen es alle, ne? Wenn wir den jetzt adden, dann ist es strip. Ich kann sagen, wer kommt denn da von hinten noch? Ich habe den Root eigentlich mitgeskillt, ne? Den könnte ich eigentlich auch mal benutzen, fällt mir gerade so auf. Sollen wir ihn machen? Komm, wir spielen den Großen, das kriegen wir hin. Wir müssen nur ein bisschen moven. Also darf es halt jetzt nicht in dem Hit drin sein. Wir kriegen halt quasi hier immer mehr Stacks, also wir brauchen halt Damage auf den Kollegen. Da raus, raus, raus. Oh boy. Der Monk und der Heiler bleiben halt voll drin stehen. Die werden jetzt halt rippen, ne? Raus da! Also, ganz ehrlich, jetzt hat er sich zweimal von derselben Void wegratzen lassen. Und ohne Heiler ist der halt nicht machbar. Ja, also du spielst ihn nicht in der Woche, nicht weil er nicht machbar ist, sondern weil du halt Movement brauchst. Und Leute, kein Movement haben. Komm, der wirft ein so einen scheiß Brocken. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Einmal treffen lassen, okay, ne? Aber sich zweimal von demselben Ding wegjockeln lassen, ist halt kacke. Das Problem ist, dann stirbt er der Heiler, die Leute sind nicht vollgehalten, sie sterben halt von dem anderen Shit. Hier, die Gruppe machen wir jetzt noch. Ne, 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 wir machen jetzt erstmal den Scheiß hier noch. Ich hab da vorgeschrieben, 47% machen wir. Gut, der Heiler hat geschrieben, my bad, ne? Wenigstens hat er das eingesehen, aber trotzdem. Unnötig. Unnötig. Weil, wenn wir da, wenn wir das jetzt wegen gewibed wären, dann, dann sehe ich schon wieder vor, ne? Dann lieft wieder einer. Einer sagt, äh, wo musst du denn mobb, der ist schwer. So, jetzt machen wir wo. Wo gelegt. Fuck, wir haben einen Totem. Bleib mal an dem wo dran für seinen Kick. Die Explo nicht hoch geht. Beim nächsten gucke ich dann gleich mal, das ist ein Knockback. Jetzt sind sie natürlich geroutet, jetzt wird mein Knockback nix. Na, schöne Scheiße. Aber der andere hat ihn gestunnt, zum Glück. Nur bloß die relativ schnell töten. Na, jetzt decken wir nochmal hoch, ne? Okay, jetzt können wir laufen. Problem ist, wenn du noch den D-Buff hast und dann hier durchläufst, dann wirst du durch den D-Buff rausgeholt. Deswegen musst du... Ich habe jetzt extra mal geschrieben, dass wir warten sollen. Ich hatte das hier auch schon mal. Ich dachte, gerade hier die Mobs kommen, ne? Aber das ist nur der Kollege. Habe ich jetzt das Add-On? Warte mal, ich habe das Add-On nicht aktiv. Ach. Normalerweise geht das hier automatisch auf, ne? Das ist natürlich jetzt eher ungünstig, sage ich euch ganz ehrlich. Boah, hatte ich dann einen Shot? Fuck, der hat mich gerade hochgekickt und ist... Boah, ich will fast nicht aus dem Uhr-Ding rausgekommen. Werde denn jetzt her? Warte mal, ist der eine? Und was ist der gerade gestoßen? Müssen wir den blöderweise retzen, dass wir... Hey, wir haben kein Retz. Kacke. Blöd, weil wir den Heiler vorher zweimal gerätzt haben, ne? Da haben wir jetzt kein Retz hier für den Buss. Was ist denn da gerade gestoßen? Schaut im Abendkampf nach. Defensive. Deuterung, Holy. Defensive. Shockwave. Defensive. Ich glaube, der ist an dem Pfad gestorben, ne? Was ihm hier nachläuft, dem hier. Defensive. Wie heißt denn das? Special coming. Ist er geschrieben, wo was hinkommt? Keine Ahnung. Er schreibt halt P. Ich glaube, das müssen wir da rüber tun. Don't know. Er schreibt halt B, R. Er hat kein O für Orange. Keine Ahnung, was er für Farben schreibt. Ich habe halt Orange. Er schreibt B, R, Y und P. Ah, warte mal. Die haben ja auch Symbole, ne? Ah, wahrscheinlich hat er die Symbole geschrieben. Ich denke mir gerade, ich habe Orange, ne? Denk mal halt, er schreibt Orange. Defensive. Kriegen wir da halt nicht raus, aber dann können wir das orientieren. Ich weiß nicht, ob das nur in Time wird. Der eine ist durch diesen Holy Damage gestorben, ne? Ich glaube, das ist der Opferkeitsblitz und dann diesen Holy Ding. Weil er meinte, er hat Agro vom Boss oder sicher keine Agro gehabt. Einen können wir, glaube ich, skippen. Ich habe jetzt leider noch keine Cooldowns, aber das müssten wir trotzdem packen. Okay, scheiße, ich hätte hier auf Cooldowns warten sollen. Fuck. Der Heiler heilt halt nicht genug, dass ich das gegendingsen kann. Ich frage mich jetzt an, was der Heiler bitte schön gerippt ist. Ich frage mich jetzt an, was der Heiler ist. Ich habe jetzt schon auskiten müssen. Ja, ist an so einem Strahl gestorben, ne? Da müsste man halt kicken. Aber der hat ihm halt einfach... Komm, jetzt fangen wir hier in der Mitte an. Der Strahl hat ihn halt einfach 75k gedrückt. Krass. Der wurde halt einfach gewonshottet von dem Strahl. Das Problem ist, in der Stelle konnte ich leider nichts interrupten, weil ich halt weglaufen muss. Sonst wäre ich gerippt. Schau mal, dass ich ein bisschen mit, ähm... Typhoon und Dings mit interrupte, ne? Da hätten beiden Wirbeln drin. Mist daran hier. Also wir kassieren hier gerade schon richtig ordentlich, ne? Also ich glaube, ich hätte lieber mit dem Shami Heal gespielt, wenn ich ehrlich bin. What the fuck? Ja, da kann ich jetzt nicht stehen bleiben. Habt ihr gesehen? Einfach... War fast voll. Auf... 10% oder so runtergedroppt. Die Kars, ne? Die schallern so rein hier. Vor allem, wenn ich dann auch noch den Debuff drauf hab, dass ich nochmal 25% mehr Schaden fress. So close vom Tod. Hätten wir jetzt eigentlich ganz gern Dings beim Boss aufgehoben, äh... Erhoben, sag ich euch ganz ehrlich. Aber wir werden jetzt Inka in die nächste Mobgruppe reinziehen. Muss ich fast machen. Ich hab jetzt halt einen kleinen stehen gelassen oben. Ich hoffe, das bricht uns am Ende nicht das Genick, wenn ich ehrlich bin. Und normalerweise hab ich den immer mitgenommen. Ich dachte mir, wenn ich keinen Inka hab, ne? Lass den mal stehen, hin, her. Aber ich sorg den Dings mal hier. So viel der Wirbel. Kann ich gar nicht alle wegsaugen. Hier Stacks. Okay, auf geht's. Ran an den Boss. Ach, ich wollt... Ich wollt mal öfter potten wie... Oh fuck, ist mir ne Flaski zu. Alles verkackt, was man verkacken kann. Ich glaub, ich hab's da alle gekriegt. Na, da kommt's blöderweise der Hit rein. Okay. Fuck it. Jetzt hab ich den einen nicht mehr gekriegt hier. Ich dachte, er hat schon durchgecastet. Ich hasse diesen Boss, hab ich das schon erzählt. Er wolltet hier alles voll, dann will ich ihn immer rausziehen. Komm, ich, äh, versuch... Ah, den krieg ich nicht mehr. Nein, haben sie nämlich schon fast gekillt. Jetzt wollt ich den rüberziehen. Das war dumm, ich hätte gleich rübergehen sollen. Nein, jetzt läuft er halt weiter. Das kann ich mir nicht erzählen. Kacke. Ich hab gleich noch mal einen Route. Und zwei haben wir noch mal gekriegt. Wenn wir die jetzt vor dem Boss irgendwie hinkriegen, dann können wir sie da vielleicht... Oh fuck it, das hat alles zuge... Oh, aber grad noch... Mir wird mal gesagt, ich kann die auch alle einfach vorne in der Ecke stehen lassen, ne? Die beiden noch. Komm, zieh man da noch mal ein bisschen raus. Breath in coming. Moin! Na gut, jetzt ist der Boss eh gleich tot. Mir wird mal gesagt, ich kann ihn komplett hinten stehen lassen. Das Problem, was dann halt ist, dann wolltest du alles voll, ne? Dann stehst du halt die ganze in der Voidzone. Deswegen will ich das eigentlich, ehrlich gesagt, nicht machen. Im Optimalfall zumindest nicht. Wir müssen Antworten, denen wir keine Zeit haben. Jo, ich wünsch dir auch eine gute Nacht, ne? Ich denke mal, das sollte durchaus möglich sein. Nehmen wir die mal hinter. Die machen wir auf jeden Fall einzeln. Diesmal werde ich auch keine Packs hier zusammenziehen. Muss jetzt halt gucken, ob wir das ausgeht, wenn ich den einen Mob quasi... ...quasi da hinten ausgelassen hab, den Normalfall mitnehmen. Also wenn's nicht ausgeht, dann müssen wir den oben halt spielen. Aber eigentlich sollte es passen, trotzdem. Ich glaub, ich hier 1-2% zu viel hab. Da fliegen die Leute halt ständig wegen den Wirbeln, ne? Ich hab jetzt extra Inka noch aufgespart. Ich werd gleich auf die PAD warten. Das Ding ist, die haben hier halt einen Heilungskast, den der interrupten muss. Und dann haben sie einen Big Boom, den er halt auch interrupten muss. Ein bisschen schnell warten. Oder kriegen wir die rausgezogen? Wenn die da hinten sind, dann müssten wir die eigentlich rausgezogen kriegen. Also ihr wisst hier auf keinen Fall die PAD mit dem Ding zusammenspielen. Nochmal die Heilung. Also ich hab schon öfter, ne, die Gruppe mit einer von denen an der Seite gespielt. Das geht auch, wenn du viel Interrupts hast und viel Schaden. Meine Inka war jetzt hier wahrscheinlich grad ein bisschen gewastet, wenn wir ehrlich sind. Aber, ja, besser machst du es einzeln. Was haben wir denn da für einen Debuff drauf? Ah, dass ich 100% mehr Schaden krieg durch den Scheiß. Das könnt ihr Heilung mir halt auch mal wegnehmen. Wenn wir mal ehrlich sind. Ah, jetzt hat er seine Michtesfeld. Okay, passt. Ich hoffe, dass er wieder seine Heilung ansetzt. Nicht mit mir, mein Freund. Schauen wir mal, wie viel bringen denn die? Die bringen knappe 3, ne? Also nicht ganz 6%, wahrscheinlich 5,5 krieg ich, wenn ich die noch mach. Fuck, das ist, glaube ich, zu wenig, ne? Ja, wir hätten den einen Mob doch noch gebraucht. Scheiße. Das ist jetzt sau bitter. Ja, ich hätte den einen Kul-Tirana doch mitnehmen sollen. Die geht genau da rüber. Okay, ich hab mich verguckt, das war der Wirbel. Aber der Heiler hat's ein bisschen... Warte mal. Ja, doch, der Heiler hat's gefressen, das Ding. Ja, wir müssen den anderen Mob doch machen. Wir haben den einen Mob nicht mitgenommen, das war dann my bad, ne? Aber ich glaube, hätte ich den einen noch mitgepult, dann wären wir auf jeden Fall gewibed. Das hat ja so schon fast nicht gepasst. Den hätte ich danach noch machen sollen. Das wäre clever gewesen. Was ist denn? Sagen wir mal, nur acht Minuten. Eigentlich sollte es machbar sein. Es sind halt ein Ticken zu wenig, ne? Oder warte mal. Könnte es sein, dass es genau reicht? Warte mal, das könnte genau reichen, oder? Ich brauche jetzt noch 2,98. Der bringt 2,89. So rum. Das ist genau auf 100. Also ich brauche den einen kleinen gar nicht sogar. Perfekt. Wie ob ich es genauso wollte. Ah, perfekt. Okay. Super. 10 Minuten für den Kampf, das müsste eigentlich passen. Heiler ist am Spissl. Ah, ich wollte wieder... Okay, jetzt haben wir beide denselben Interrupted. Kann ich den... Okay, der wird eh gegrappt. Passt. Heiler macht das, oder? Ja. Special Coming. Ah, den hat er jetzt gegrippt und ich hab ihn gekickt, ne? Der Hunter hat ihn Interrupted. Passt. Ja, mit dem DK ist natürlich auch schon nice, wenn du ihn rangrippen kannst. Ich hab hier mal auch einen mit zu Grabby Hands gehabt. Da haben sich die rausgeportet und ins den wieder reingezogen. Das war natürlich dann richtig easy. Die stehen alle da oben. Dann nehme ich das untere. Kurz mal gesagt, man soll nicht ganz in dem Ding drinstehen, sonst bugt's teilweise. Strahlen. Zieh den Boss dann in die Ecke einfach. Kann mich roar mal. Da ist es halt wesentlich einfacher zu moven. Also ich sag mal so, ich spiel den auch ganz gern da hinten ehrlich, oder in der Mitte. Aber mir ist es egal, tatsächlich. Oh fuck, jetzt laufe ich voll rein, ne? Das war jetzt nix. Ich finde halt, wenn du da hinten bist, hast du halt ein bisschen weniger Platz, tatsächlich, ne? Und, ähm, wenn du halt in der Mitte die Fläche zum Socken hast. Boah, der Heiler sogt halt nicht. Heiler muss halt socken. Sogt nicht. Sogt er denn jetzt nicht mehr? Hallo, du musst... Jetzt muss ich halt wieder reinlaufen. Und den Boss wieder hinziehen. Weil der Heiler halt nicht saugt. Na ja, Gott. Okay, ich glaube, ich sollte den Boss nicht dahinter ziehen. Es ist zwar theoretisch für alle Ticken einfacher zu moven. Aber die Socken muss halt trotzdem noch werden, ne? Was ist das, was ich mein? Weiß ich halt nicht. Also der hat ja, der hat ja am Anfang gesaugt, der Heiler, ne? Kannst ja jetzt nix sagen. Aber du kannst dann halt am Ende nicht aufhören, weil wenn das Ding mit voller Ladung hochgeht, dann ist halt einfach Feierabend. Kannst du halt nicht machen. Schönes Hunter-HT. So, da haben wir wieder einen Sock. Ah, diesmal läuft er hin. Okay. Sehr schön. Er muss halt nochmal Socken. Bin ja mal gespannt, wenn uns das jetzt am Ende um die Ohren fliegt. Dann wird's interesting. Na ja gut. Hat funktioniert. Achievement kommt. Acht Punkte hat's gebracht. Jetzt bin ich bei 3007. Heißt, jetzt bin ich erstmal durch mit M+. Und, ähm, ich hab auch das eine Achievement gekriegt, ne? Also nicht das 20er, war ein 20er, hatte ich schon, aber es hat ja mit 9.2, ähm, kam ja ein neues Achievement, nee, 9.2.5, der ja heute gereleased ist, kam ja hier quasi das Achievement für quasi einfach nochmal Tazawesh laufen. Jetzt muss ich die anderen auch nochmal in irgendeinem Lowkey laufen. Mach ich einfach ein 2 oder sowas. Machen wir mal schauen. Aber gut, hier sind wir wenigstens durchgekommen. Loot haben wir natürlich wieder eher superoptimalen gekriegt, hier in den Umhang. Den könnte ich jetzt mal posten, vielleicht will den wir haben von denen. Den brauche ich nämlich tatsächlich nicht. Dann schauen wir mal. Ja, aber zwischendrin ein paar Aufreger, aber hat ja noch geklappt, ne? Wunderbar, das ist das Wichtigste. Wunderbar, das ist das Wichtigste. Wunderbar, das ist das Wichtigste. Vielen Dank.